Menschen auf der Flucht. Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Unschuldige Opfer von Kriegen und Abkommen, die von Regierungen beschlossen wurden. 14 Millionen Deutsche, die ihre Heimat verloren, sind Opfer des nationalsozialistischen Regimes, das Unglück über die Völker brachte und das eigene Volk ins Verderben stürzte. Die Folgen politischer Entscheidungen und des Zweiten Weltkrieges hatten unschuldige Menschen zu tragen. Flucht, Vertreibung, Ausweisung, leidvolle Jahre, bis sie wieder eine neue Zuflucht, ein neues Zuhause fanden. Der Hitler-Stalin-Pakt 1939 führte noch vor dem Zweiten Weltkrieg zur ersten Völkerverschiebung. Polen wurde in zwei Interessengebiete geteilt. Die deutschen Volksgruppen aus dem Baltikum, Wolinien, der Batschka, wurden im sogenannten Wartegau in Westpolen angesiedelt. Die dort ansässige polnische Bevölkerung mit 700.000 Polen und 500.000 Juden ausgewiesen in Richtung Osten. Gegen ihren Willen mussten 350.000 Volksdeutsche die seit Jahrhunderten angestammte Heimat verlassen, so auch die Deutschen aus Wolinien. Sehr bald nach dem Einmarsch der Roten Armee sickerte auch zu uns durch, dass ein Vertrag abgeschlossen worden ist zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion und dass wir also regulär umgesiedelt werden sollen. Wir fuhren ziemlich ins Ungewisse und es ist vielleicht erstaunlich, jetzt rückblickend zu schauen, festzustellen, dass also die Wolinien-Deutschen so ganz ohne jedes Programm nach Westen fuhren. Sie wurden dann aber auch sehr bald ernüchtert in der Weise, dass man sie eben auf geraubte polnische Bauernhöfe ansiedelte. Man machte den Abtransport der polnischen Familien grundsätzlich in der Nacht, damit das eben vor allen Dingen die Volksdeutschen, die ja doch, sagen wir mal, verständlich im Gegensatz zu den meisten Reichsdeutschen, Verständnis zur Lage der Polen aufbrachten. Das machte die SS in der Nacht. Wir haben es nicht gesehen. Ich bin in Riga geboren, bin also Balten und habe meine Kindheit und Jugend dort verlebt und habe meine Heimat 1939 verloren, als die Deutschbalten in ihrer Gesamtheit ins Deutsche Reich geholt wurden. Nicht nur die Deutschbalten, sondern sämtliche Auslandsdeutschen, die Hitlers Ruf heim ins Reich vorgeleisteten, wurden im Warteland, im damals sogenannten Wartegau, angesiedelt. Das sah in der Praxis so aus, dass die Polen enteigent wurden und die Umsiedler, die ja auch alles verloren hatten, sich natürlich in die Häuser setzten, das Land bekamen, waren sehr viele Bauern darunter und quasi sich in die noch warmen Betten der polnischen Vertriebenen nun wiederum da auch Vertreibung legten. Die Deutschbalten aus Estland, Lettland, Litauen trennten sich schweren Herzens. Doch die Nazi-Propaganda stellte die Aktion der Umsiedlung unter das Motto Heim ins Reich und veranstaltete Volksfeste zum Abschied. Die Gesichter der Betroffenen spiegelten Trauer wieder. Es sind Aufnahmen, deren Veröffentlichung damals verboten wurde. Mit dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann für die dort seit 200 Jahren ansässigen deutschen Volksgruppen der Weg des Leidens. Obwohl sie als Dank für die ihnen gewährte Autonomie dem sowjetischen Staat treu dienten, bezeichnete sie Stalin bei Kriegsbeginn als Kollaboratöre und ließ alle Deutschen innerhalb von zwei Stunden aussiedeln und nach Sibirien deportieren. Am 7. September 1941 haben sie uns ausgesiedelt von hier und haben uns hingebracht nach Sibirien. 22 Tage waren wir unter dem Weg. Nun, wie sie uns aber ausgesiedelt, das können Sie euch vielleicht vorstellen. In zwei, drei, vier Stunden Zusammenraum, was du kannst in die Hände nehmen, das nimmst du mit. Alles, das Haus, unser Mäbel und alles überhaupt, alles ist hier geblieben. Das Viech ist alles hier geblieben. Haben sie uns getrachten in Sibirien, dort hinaus. Meine Großmutter ist verhungert in Sibirien. Meine Mutter ist auch begraben in Sibirien. Mein Vater ist begraben in Ural, dort wo ich war, in der Kohlengrube dort. Mein jüngster Bruder wohnt in Almata. Und der jüngste, der älteste Bruder wohnt in Perm. Das ist auch in Ural, oder? Als nach der Wende im Krieg die sowjetischen Truppen Anfang Januar 1945 vor den Grenzen des Deutschen Reiches standen, sprach Hitler noch von Endsieg. Verbot die Flucht, bestrafte jeden, der Vorbereitungen traf, gab Durchhalteparolen aus, beruhigte die Bevölkerung. Folge, die Leute blieben. Die Leute glaubten der Propaganda nicht. Was die Nazis taten, war ja, dass sie Illusionen für Realität ausgaben. Und die Leute, die die Illusionen nicht glaubten, für Verräter hielten und für unzuverlässig, eben Defettisten. Allzu lange war ja das fluchtweise Trecken verboten oder mit Gewalt verhindert worden. Dann, als es in Wirklichkeit schon spät, um nicht zu sagen zu spät war, waren viele ostpreußische Trecks, hatten sich viele ostpreußische Trecks auf den Weg gemacht. Und nicht nur erlebten wir auf den doch vielfach engen oder durch die Naturverhältnisse behinderten Wege einen ständigen Kampf um die Straße, auf der man sich bewegen wollte, sondern wir begegneten sowohl Trecks, die von Osten nach Westen, als auch Trecks, die von Westen wieder nach Osten zurückkamen, weil nämlich inzwischen die sowjetischen Truppen in der Nähe von Danzig oder wo schon längst die Ostseeküste erreicht hatten. Das heißt, die Trecks kamen gar nicht mehr durch. Es war ja unheimlich kalt, 20 Grad unter Null, eisspiegelglatt, also die Wagen, die Gummiwagen, das ging, aber wir hatten ein paar Kranke, die hatten wir in eine Kopie getan und das schlängerte hin und her auf dieser Eisstraße. Also wir brauchten nicht, fast nicht mehr, ich glaube, fünf Stunden für diese elf Kilometer bis zur Kreisstadt. Natürlich sind viele Leute einfach gestorbene Alte, weil sie diese Anstrengung nicht aushielten. Ich hatte dieses ewige, ich war sieben Wochen unterwegs, mir machte das nichts für ein junger Mensch damals. Aber für alte Leute, die Aufregung und kein Essen und wie es so ist, also oft lagen arme Tote am Rande, die man nicht beerdigen konnte. Dennoch gelangten fast eine halbe Million Menschen zu den Ostseehäfen Pillau und Gotenhafen. Von dort konnten sie mit Schiffen in Sicherheit gebracht werden. Es war eine Rettung voller Risiko, denn die Flüchtlingsschiffe wurden von den Sowjets torpediert. Die Furcht der Menschen rührte zunächst mal daher, dass allen klar war oder allen gegenwärtig war, was in Wochen vorher schon passiert war. Nämlich der Untergang der Gustloff, der Untergang auch der Stäuben und anderer Schiffe, vor allen Dingen auch der Goya, wo wir es mit Schiffskatastrophen ungeahnten Ausmaßes zu tun hatten. Dieses Wissen um diese Dinge hatten die Menschen und daher war der Wunsch, per Schiff oder mit Schiffen nach Westen herauszufahren, relativ gering. Das bedeutete, dass wir mit unseren Männern zum Teil mit sanfter Gewalt die Leute aus ihren Unterschlupfen und Unterkünften rausholen mussten, ihnen gut zureden mussten, damit sie nun diesen Weg über See antraten. Die Rote Armee rückte unaufhaltsam vor. Viel zu spät machten sich die Schlesier auf den Weg. Einige konnten nicht mehr rechtzeitig fliehen, andere kamen bis Dresden. Etwa 250.000 Flüchtlinge waren am 13. Februar in der Stadt, als drei verheerende Bombenangriffe das bisher unzerstörte Dresden in Schutt und Asche legten und 35.000 Menschen töteten. Gerade in diesen Tagen war Dresden voller Flüchtlinge. Das hat man direkt abgewartet, offenbar. Es sollen Hunderttausende gewesen sein, ich kann es nicht beurteilen. Die waren im Zentrum der Stadt und die hatten keine Chance. Die waren am Bahnhof. Die waren also, da hat kein einziger überlebt. Man hat die dann wie auf einem Scheiterhafen, so quer über Kreuz und quer, verschachtelt, übereinandergelegt und verbrannt. Gleich den übernächsten Tag, weil man in solchen Gefahr Angst hatte. Den Angriffen sowjetischer Tiefflieger schutzlos preisgegeben, endete für viele die Flucht im Straßengraben. Die Drecks wurden beschossen. Tote säumten den Weg. Zuflucht nach wochenlangen Fußmärschen gewährten Auffanglager. Es waren nur Quartiere auf Zeit. Die Flüchtlinge mussten weiterziehen auf der Suche nach einer neuen Heimstatt, einem Zuhause. Noch im Sommer 1945 zogen sie durch Berlin, bekamen eine Aufenthaltserlaubnis für 24 Stunden, einen Teller Suppe und 250 Gramm Brot. Dann mussten sie weiterziehen. Doch sie hatten überlebt. Zweieinhalb Millionen Deutsche aus den Ostgebieten kamen bei Flucht und Vertreibung ums Leben. Schon während des Krieges, im August 1941, trafen sich Roosevelt und Churchill auf dem Atlantik, um über die Gestaltung eines künftigen Friedens nachzudenken. Vom christlichen Geist geprägt war die Atlantik-Charta. Es sollten keine Grenzveränderungen gegen die Wünsche der betroffenen Völker vorgenommen werden. Jeder sollte innerhalb der eigenen Grenzen ohne Not und Furcht leben können. Doch in Anwesenheit von Stalin war in Teheran 1943 und in Yalta 1945 von der Atlantik-Charta keine Rede mehr, als die künftigen Grenzen Polens erörtert wurden. Stalin wollte Ostpolen behalten. Dafür sollte Polen mit ostdeutschem Gebiet entschädigt werden. In Yalta bekräftigt es Stalin seine Forderung. Unwillig stimmte Roosevelt nun zu, da er den Eintritt der Sowjetunion in den Krieg gegen Japan wünschte. Noch vor einer gesetzlichen Regelung kam es unmittelbar nach Kriegsende zu Racheakten gegenüber Deutschen im Sudetenland, in Schlesien und in Ostpreußen. Die Aktionen spiegelten den Hass gegen die einstigen Unterdrücker wieder. Ich kam 1945 nach Kriegsende mit meinen Eltern in ein Internierungslager, die offizielle Bezeichnung war KZ. Die Familien sind da natürlich sofort getrennt worden, also meine Mutter von meinem Vater und ich von ihnen. Und ich also, ich war damals etwas über 16, als ich da reingekommen bin, dass die Tschechen so reagieren, hat mich damals eigentlich und zwar entsetzlich nicht. Es sind Leute zu Tode geprügelt worden in grausamster Weise. Ich habe an einem Tag zum Beispiel Leichen in die Totenkammer befördert, die vorher nicht einer Krankenbaratte auf Stroh gelegen sind, wie das Vieh. Ich habe da Tote gesehen, die am ganzen Körper schwarz waren, also am ganzen Körper Hämatone hatten. Furchtbare Dinge hat es gegeben, nicht? Was ich bei vielen meiner Landsleute nicht kapiere, dass sie nur das sehen, was ihnen angetan worden ist. Und sind für mein Gefühl auf eine merkwürdige Weise blind für das, was die Deutschen überhaupt getan haben und auch den Tschechen angetan haben. Aus ihren Wohnungen gejagt, vergewaltigt, interniert, ermordet. Die in Königsberg gebliebenen Ostpreußen hatten besonders schwer unter den Soldaten der Roten Armee zu leiden. Sie traf die Rache für das, was Deutsche dem russischen Volk angetan hatten. In der Armee gab es viele Soldaten und Offiziere, deren Heimatstädte und Dörfer, besonders in Bielorussland, niedergebrannt und vernichtet waren. Ich kann mich gut daran erinnern, weil ich selber aus dem belagerten Leningrad rauskam. Jeder Deutsche war für mich der deutsche Mensch, der mir viel Leid brachte. Es waren junge Menschen, die von der Schulbank eingezogen waren, die mit 16, 17, 18 Jahren Soldaten geworden sind. Die nichts gelernt haben, außer Schießen, Stechen, Eingraben. Die nichts außer Tod und Zerstörung gesehen haben. Und dann waren sie ja verbitterte Menschen, die durch die ausgebrannte Erde marschiert sind. Da waren auch bittere Rachegefühle für mich viel. Na, mit Rachegefühlen fällt man nicht über eine Frau her, aber da schmeißt man eine Granate ins erste beste Haus rein, abgesehen, ob da Menschen sind drin oder nicht. Und der Siegesrausch, alles erlaubt, für diese Jungen und für diese von Rachegefühlen besessenen Menschen, hat es auch böse mitgespielt. Aber zahlenmäßig waren es ja nicht so viele, wie es die leidenden Menschen schien. Verstehen Sie, an der Zweiten Belarusischen Front, wo ich im Einsatz war, zu Beginn des Vorwarschs nach Ostpreußen, da zählten wir, glaube ich, mehr als eine Million, eine Million, 200.000 aktive Soldaten, aktive Bajonette nach Gewalt. An diesen Ausschreitungen, an Brandschätzungen, an Vergewaltigungen, da haben vielleicht einige Zehntausend mitgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht noch weniger. Aber die Menschen, die daran leiden, scheint es, dass alle so sind. Ich bin erst interniert gewesen in einem Lager zweieinhalb Jahre und dann bin ich zurück nach Königsberg. Und ja, wir haben so drei, vier Wochen in einer Kellerwohnung gewohnt. Und wenn wir einigermaßen aus Blechbüchsen uns was gemacht haben, dann kamen die Russen, haben uns wieder rausgejagt und dann mussten wir wieder woanders hin. Als Sie dann 1948 Königsberg verlassen mussten, war das für Sie schmerzlich oder war es doch eine Art Erlösung? Nein, es war schmerzlich. Wir haben geweint. Beschlossen wurde die Umsiedlung aller Deutschen aus den Ostgebieten auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945. Stalin hatte sich durchgesetzt, den Alliierten weisgemacht, die Deutschen hätten längst die Gebiete östlich der Oderneise freiwillig verlassen. Da Truman erst kurz im Amt war, die Alliierten keine genauen Kenntnisse von den Vorgängen in Ostdeutschland und dem Sudetenland hatten, billigten sie die Abtretung eines so großen Gebietes an Polen bis zu einem endgültigen Friedensvertrag. Noch während der Konferenz begann die zwangsweise Aussiedlung aus Ost- und Westpreußen, Ostpommern und Ostbrandenburg, Ostschlesien und dem Sudetenland. Für die Kamera wurde ein geregelter, dem Potsdamer Abkommen gemäßer Abtransport der deutschen Bevölkerung aus Polen gezeigt. Die Wirklichkeit sah brutaler aus, kostete zwei Millionen Menschen das Leben. Unter Aufsicht der Amerikaner fand Ende Januar 1946 die Umsiedlung der über drei Millionen Sudetendeutschen verhältnismäßig geregelt statt. Zuvor jedoch waren von Tschechen 270.000 Deutsche willkürlich interniert, misshandelt, ermordet worden. Die Amerikaner erreichten die Mitnahme von 70 Kilogramm Gepäck und 1000 Reichsmark für jeden Ausreisenden, mehr als die Tschechen bewilligen wollten. Die weißen Armbinden, die sie als Deutsche auswiesen, warfen sie an der Grenze aus dem Zug. Entgegen Stalins Behauptung, alle Deutschen hätten die Gebiete östlich von Oder und Neiße bereits freiwillig verlassen, lebten dort im Sommer 1945 noch etwa 5,5 Millionen. Allein im nördlichen Ostpreußen und in Königsberg lebten bis zur Vertreibung 1947 noch zweieinhalb Millionen Deutsche. Tragisch war meiner Meinung nach das Jahr 1947. Damals sind Deutsche von hier weggezogen. Bevor sie sich auf den Weg machten, bevor sie von hier mit Transportern und Autos weggebracht wurden, gingen sie in die Kirche, um zu beten. Das war sozusagen das letzte, vergib mir und leb wohl zu dieser Stadt und dieser Erde. Viele haben eine Handvoll Erde mitgenommen, haben sie eingepackt. Das war alles sehr tragisch, sehr schrecklich. Das zerriss die Seele. Jede Beschreibung würde unvollständig bleiben, weil diese Gefühle einmalig sind. Sie lassen sich mit üblichen Lebenssituationen nicht vergleichen. Und ein Mensch, der nicht das Gleiche erlebt hat, den Verlust einer Heimat, und nach einem halben Jahrhundert diese Heimat wiederzusehen in einem Zustand, wie ich ihn nicht näher beschreiben möchte, das geht so unter die Haut, das kann man nicht in Worte kleiden. Friedland war Durchgangslager für Millionen Flüchtlinge, Vertriebene, Spätheimkehrer und Umsiedler, die in die Westzonen wollten. Erste Hilfe wurde hier allen zuteil. Viele mussten Wochen und Monate in Massenunterkünften, Baracken und Wellblechhüten leben. Doch bedeutete es ein erstes Ausruhen nach langem Fußmarsch oder tagelangen Bahnfahrten in Güterwaggons, bedeutete auch die erste regelmäßige Verpflegung nach Wochen und Monaten. Nach einem mühsam ausgehandelten Verteilungsplan des Kontrollrates wurden die zwölf Millionen Heimatlosen den einzelnen Bundesländern zugewiesen. Da die Städte meist zerstört waren, wurden sie in kleineren Ortschaften und Dörfern untergebracht, von der dort ansässigen Bevölkerung oft nur widerstrebend aufgenommen. Es galt also für uns nicht, Flüchtlingslager zu bauen und die Leute da unterzubringen, wie das eben mit den Palästina-Flüchtlingen nachher leider geschehen ist, sondern wir haben die Leute eingeteilt in die Bevölkerung. Und Jenik hat sich niemals als Vertreter der Flüchtlinge und niemals als Repräsentant der Einheimischen gefühlt, sondern hat immer die Mittlerrolle gemacht. Er hat gesagt, wir können es nicht anders machen, als dass ihr euch zusammenpfercht und die Flüchtlinge zu euch aufnimmt. Wir standen auf der Straße, uns ein bisschen Gepäck in der Hauptstraße. Und da kam ein Schutzmann, was macht ihr denn noch hier? Ja, wir wissen nicht wohin, wir können nicht einfach reingehen. Und da hat er dann einfach uns zu einer Familie gebracht, die jammerten natürlich, aber wir blieben dann da und dann sagte er ja, nehmt lieber Leute auf, anstatt dass ihr aus dem Haus misst. Wir kamen uns so arm und verlassen vor, dass nur auch Deutsche uns nicht haben wollten. Das konnten wir gar nicht fassen. Wir verstanden ja kein Bayerisch. Wir wohnen draußen im Chiemgar, mitten am Dorf, also ganz ein Weiler, weil das nur, wie viel, glaube ich, drei, vier, vier, fünf Höfe waren dort. Und das war wirklich ein ziemlich mühsames Eingewöhnen. Vor allen Dingen für meine Mutter, die nie aus der Großstadt rausgekommen war, ja. Aber die Leute haben sich dann doch mit uns befasst. Sie haben uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich durfte Strohsäcke stopfen für uns, damit wir schlafen konnten. Sie haben uns alte Bettstellen gegeben, ein altes Kanapé, sogar ein Ofen war drin. Also wir waren jedenfalls in Sicherheit und zu essen bekamen wir auch, wir konnten uns Kartoffen kaufen. Und die Bäuerin hat meine kleine Schwester angeschaut und hat zu meiner Mutter gesagt, magst du Mülli für das Dirnein? Und meine Mutter verstand das nicht. Ja, da hat sie es dann gedeutet. Milch, ja, über ein Jahr hat das Kind keine Milch bekommen. Naja, und das hat dem Kind dann auf die Beine geholfen. Das war gut so. Ich stieß auf Abneigung, auf Schwierigkeiten mit meinen gleichaltrigen Schulkameradinnen. Ich musste viele Demütigungen hinnehmen. Ich hatte ja von Herbst 44 bis Januar 46 kein bisschen Schulunterricht. Ja, also fast analfabetisch. Und dann kam ich halt in die Dorfschule. Und jetzt haben die Kinder, die waren, da war ich schon verdächtig, weil ich nur Hochdeutsch sprach. Und ich habe die anderen Kinder nicht verstanden. Ich verstand das Bayerisch nicht. Das gab schwere Differenzen. Die haben mich verfolgt, die haben mich verhauen, bis ich immer zurückgehauen habe. Und dann waren wir die besten Freunde. Dann war alles wieder gut. Dann konnte ich die Schule besuchen und es ging eben allmählich wieder aufhören. In Thüringen im Kreise Aue war es so schlimm, dass wir auf die Lebensmittelmarken überhaupt nur noch Dörrgemüse zu kaufen. Wir sind also auf die Wiesen gegangen, haben Otterzungen gezupft und haben versucht, aus Brennnesselngemüse zu kochen. Und dann ist uns das wunderbar passiert, dass uns ein Bauer, an dessen Scheune wir uns die Brennnesseln pflückten, weggejagt hat, weil er gesagt hat, er braucht seine Brennnesseln selber. Während Flucht und Vertreibung waren Familien getrennt worden. Zehn Millionen Menschen suchten einander nach Schätzung alliierter und deutscher Sachverständiger. Mit Hilfe des Roten Kreuzes, des Rundfunks und des Fernsehens fanden täglich etwa 2000 Menschen wieder zusammen. Erst Gerlach, geboren am 4. Mai 1934 in Königsberg, Preußen. Letzte Anschrift, Flüchtlingskind aus dem Waisenhaus. Unter den Verlorengegangenen waren viele Kinder. 3000 suchten ihre Eltern. 800 elternlose Kinder trafen mit einem Sonderzug aus Polen ein. Kinder, die nach der Trennung von ihren Eltern in polnischen Lagern und Krankenhäusern untergebracht gewesen waren. Nach einigen Jahren kamen die ersten von 874.000 Zivilpersonen zurück, die gleich nach Kriegsende aus den unter sowjetischer Verwaltung stehenden Gebieten, vor allem aus Ostpreußen und Pommern, nach Sibirien zur Zwangsarbeit verschleppt worden waren. 45 Prozent der nach Kriegsende in die Sowjetunion verschleppten, waren an Hunger, Krankheiten und Schwäche gestorben. Auch junge Mädchen mussten in der Sowjetunion schwerste Zwangsarbeit verrichten. Flüchtlinge in einzelnen Regionen schlossen sich zu Selbsthilfegruppen zusammen, bauten sich Häuser, um aus den Elendsquartieren herauszukommen. Doch waren es einzelne, wenige. Das Problem der Millionen war auf diese Weise nicht zu lösen. Erst die Währungsreform im Juni 1948 wurde zum entscheidenden Wendepunkt sowohl für die deutsche Wirtschaft als auch für Flüchtlinge und Vertriebenen. Von diesem Tag an gab es einen Lastenausgleich und einen staatsverbürgten Kredit, den mittellose Flüchtlinge bekommen konnten, um einen Betrieb aufzubauen. Konnten sie den Betrag später nicht zurückzahlen, trat der Staat für sie ein. Diese Kredite waren eine wesentliche Grundlage für die Gründung zahlreicher Betriebe, in denen Facharbeiter aus dem Osten ihr spezifisches Können einbringen konnten. Der Beitrag der Flüchtlinge und Vertriebenen am wirtschaftlichen Wiederaufbau ist unumstritten. Im Zuge des Lastenausgleiches wurden 100 Milliarden D-Mark an die verteilt, die durch Krieg, Flucht und Vertreibung alles verloren und jetzt wieder eine Zukunft vor sich hatten. Ich habe mir mit Hilfe meiner Firma ein Eigenheim hier zulegen können. Das hat zwar die ersten zehn Jahre einen, wie soll ich sagen, einen total eng geschnürten Gürtel notwendig gemacht, aber wir haben das alles überbrückt und heute, muss ich sagen, haben wir ein Heim, in dem wir zufrieden sind, ein Land, in dem wir genauso zufrieden sind. Fasziniert hat uns natürlich hier das geordnete kulturelle Leben und überhaupt irgendwie so ein soziales Selbstverständnis. Das Zusammenleben mit den Menschen hier, das ist eigentlich nach den ersten schweren Jahren vielleicht nicht mehr kompliziert gewesen. Bei den jährlichen Treffen der Heimatvertriebenen wird die Bindung zur alten Heimat gepflegt. Anders als einige reaktionäre Vorsitzende und Gruppen, die die Rückgabe der Gebiete fordern, die Abtretung nicht anerkennen, wird in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen auf Rache und Vergeltung verzichtet, die Schaffung eines geeinten Europa unterstützt, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Zukunftsweisend sprach der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt. Aber ich weiß, dass wir allen Schwierigkeiten begegnen werden, in engem Zusammenwirken mit den tragenden Kräften der Bundesrepublik und im Vertrauen auf unsere westlichen Freunde. Ich weiß, dass wir allen Schwierigkeiten begegnen können.